Ja, ich bin's nur, ich bin's. Ich arbeite hier an meinem Desk. Ich arbeite hier an meinen Animationen und solche Sachen halt. Hey, Pymations. Hey. Gehst du dieses Jahr wieder zur Bronycon? Ich weiß nicht. Ich bin hier irgendwie aus dem Fandom geflogen. Und du weißt, wie es immer endete. Naja, vielleicht wird's diesmal nicht so schlimm. Hält schon noch Spaß an. Okay, wir sehen uns dann nächstes Jahr. Tschüss. Hältst.